Eigentlich galt er als harmloser Kompromisskandidat und Mann des Übergangs. Immerhin war Angelo Giuseppe Roncalli schon fast 77, als er 1958 zum Papst gewählt wurde, zu Johannes dem 23. Umso größer die Überraschung, als er bald darauf ein neues Konzil ankündigte, das dann als zweites vatikanisches Konzil in die Geschichte eingehen sollte. Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des Heiligen Petrus das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet. Ein symbolträchtiger Augenblick, an den sich Kardinal Franz König noch lange lebhaft erinnerte. Der Österreicher war eine der prägenden Persönlichkeiten des Treffens. Wir sind von oben herunter marschiert nach St. Peter, zweieinhalb Tausend Konzilsteile, nämlich war damals noch ein junger Erzbischof in Wien, eine unübersehbare Menge. Ich habe mir gedacht, ja, wie wird das gehen? Kann man sich da verständigen? Man konnte, besser als viele glaubten. Zumal die meisten Bischöfe ja auch noch Latein sprachen. Als Berater in der beeindruckenden Atmosphäre des Vatikan legten auch viele junge Theologen den Grundstein für ihre spätere Karriere. Etwa Josef Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI. Oder auch Hans Küng. Er bewunderte vor allem den Mut von Johannes XXIII. Er nahm eben die Probleme auf, wie sie waren der damaligen Kirche. Er öffnete die Fenster, um also frische Luft in die Kirche zu lassen. Das war ein Wort, das bei ihm berühmt wurde. Obwohl er das so vermutlich nie wirklich gesagt hat. Die Kirche öffnen für die Moderne, alte Strukturen erneuern, aber ohne dabei den Kern des Glaubens anzutasten. Darum ging es dem Papst. Der springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts. Und dieser Schritt wurde getan, bis zum Konzilsende 1965. Seitdem halten die Priester Messen nicht mehr auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Die Kirche wurde offener. Zur Welt und zu anderen Religionen. Laien haben mehr zu sagen und und und. Für einige ging das alles deutlich zu weit. Andere fordern, das Konzil noch viel konsequenter umzusetzen als bisher. Und auch wenn Papst Benedikt XVI. heute der lateinischen Messe wieder zu neuer Blüte verhelfen will, so lobt er doch immer wieder das Konzil und das Lebenswerk seines Vorgängers. Ein wirklich spezielles Geschenk, das er der Kirche gemacht hat, war das zweite Vatikanische Konzil. Es war eine arbeitsreiche und vielversprechende Zeit für die Kirche und die Gesellschaft. Und durch Johannes den 23. blühten Hoffnung, Einheit und Frieden auf zum Wohl der ganzen Menschheit. Das war das Lebensprogramm dieses großen Brückenbauers. Das war das. Das war das Programm von Vita des Grands Pontifischen.